Hallo, es ist Berliner Nitro. Willkommen, mein Hirn. Hi, I'm Michael Paré. I'm at the Hauser Horror Film Convention in Oberhausen. Musik Also, wir sind fünf Jahre mittlerweile hier. Beziehungsweise ich, du das erste? Ja, für mich das erste Mal. Und ich bin immer noch nach allen Jahren mega begeistert. Es war tierisch fun hier, die Leute zu sehen, die Leute zu treffen, die Stars zu checken. Es ist mega geil. Ja, was soll ich denn sagen? Es ist eine geile Veranstaltung. Ja, echt geil. Ich bin zwar kein Fan davon, aber wenn du so einen Assi kennst wie den, das ist schon sehr geil. Es ist eine sehr schöne Veranstaltung, mal wieder. Geile Location, Aussteller, viele DVDs und Blu-rays, die man kaufen kann. Macht Laune. Wunderbar. Wir haben jetzt nichts hinzuzufügen. Wo ist die? So, wie man hier sehen kann, gibt es hier auf jeden Fall ein paar nette Stände. Und ja, mal gucken, was hier noch so ist. Ja, so ein paar nette Stände sind hier. Man kann sich auch ein paar Stars erst mal treffen. Und bin mal gespannt, was da noch so los ist. Wir gucken mal weiter. Oh, super cool. ARD Text im Auftrag von Funk Ja, ja. 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 Ja, ja.